Hallo liebe Fußballfreunde, meine Meinung von Gruppe H, Kanada, Kanada, sehe ich von dieser Gruppe direkt von Gruppe 4, Tabelle 4, Portugal, sehe ich das von Tabelle Platz 1, zu Korea, sehe ich das Tabelle Platz 3, Uruguay, und sehe ich von dieser Mannschaft auf den Tabelle Platz 2 von Gruppe H. Viel Spaß von diesem Video, Finale von Gruppe H, Umweltmeisterschaft. Viel Spaß von diesem Video, und jetzt kommt von einzelnen Details von meiner Meinung von eurem Land. Viel Spaß von diesem Video von Gruppe H, Weltmeisterschaft.